Einer weniger. Drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar zu Teil 4. Die anderen Teile findet ihr bei mir in der... Ja, findet ihr bei mir auf dem Channel. Ich bin jetzt hier im dunklen Zeitalter gelandet. Rathaus Level 16. Endlich. Und kriege hier direkt ein Paket angeboten. Wie ihr sehen könnt, ich bin immer noch free to play. Hier kann ich meine Belohnungen einsacken. Unter anderem auch wieder ein paar Gems. Die, wie gesagt, nach wie vor ausnahmslos in VIP geht. Das Rathaus hat sich ein bisschen vergrößert. Was ihr hier so ein ganz kleines bisschen sehen könnt. Ich kriege ein neues Goldpit. Ihr seht hier am Rand überall, dass ich... Mal ein bisschen eins nach dem anderen. Das ist mehr oder weniger eine Aufzeichnung hier, die ich gemacht hatte. Deswegen pausier ich das jetzt mal ganz kurz. Wir haben hier einmal die Belohnung für Rathaus Level 16. Wir haben hier einen 7-Tage-Beschleuniger, was natürlich super ist. Den sollte man sich auch gut aufsparen, bis man ihn wirklich gebrauchen kann. Ich glaube für den Start von Rathaus Level 21 macht das Sinn. Oder von der Akademie dann. Das werde ich mir dann nochmal anschauen. Wenn ihr mich weiter verfolgt, dann werdet ihr das auch sehen. Man sieht hier jetzt einmal, wie sich das Haus auch vergrößert, dass man mehr Platz bekommt. Jetzt, auf allen Seiten. Also von daher, ein bisschen mehr Platz in seiner Stadt zu haben, ist auf jeden Fall gut. Dann fahren wir einmal fort. Zwar kriegen wir hier die Schmiede. Ein sehr wichtiges Gebäude in diesem Spiel, denn ab jetzt können wir Rüstungen schmieden. Und darum wird es jetzt in diesem Video auch zum Großteil gehen. Die Schmiede ist jetzt bereits fertig. Das geht auch relativ schnell. Ich habe jetzt hier ein bisschen unnötig meine Gebäude umstellen wollen. Aber ich möchte euch hier ein bisschen was über die Schmiede zeigen. Und zwar können wir jetzt Materialien schmieden. Da haben wir Edelholz, Stein, dann Leder. Edelholz ist das, was ich jetzt gerade hier mache. Und Knochen. Und hier kann man diese in verschiedenen Leveln aufleveln. Das ist wie bei den Kommandanten in der Regel. Die einfachen Kommandanten. Dann gibt es die grünen und dann gibt es die lilanen und blauen Kommandanten. Dann gibt es die lilanen und dann gibt es die goldenen. Pakete bekommen wir natürlich auch angeboten und alles. Wie wir hier sehen können. Bei der Taverne haben wir jetzt eine weitere Truhe mit dabei. Und zwar die Ausrüstungstruhe. Hier habe ich das einmal geöffnet und habe direkt ein lilanes Teil bekommen, was ziemlich, ziemlich gut ist für Bogenschützen. Da dieser Account ja Bogenschützen werden wird, ist das eines der besten Teile. Echt, was man wirklich lange, lange Zeit spielen wird als Bogenschütze. Von daher wirklich super. Dann habe ich die 15 Truhen, die ich hatte, auch auf einmal geöffnet. Dort ein bisschen was an Materialien bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Kommen wir jetzt mal zu dem aktuellen Stand. Ich muss dazu ein bisschen sagen, ich nehme sowas häufig auf zu Zeiten, wo ich dann halt nicht die Zeit habe, ein Video selber zu machen. Heute war das zum Beispiel vor meiner Arbeitszeit. Da kann ich nicht großartig sprechen, beziehungsweise da ich früh aufstehen muss, kann ich hier nicht die Leute aus dem Haus klingeln oder ähnliches. So, gucken wir uns jetzt einmal die Schmiede an. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr wichtiges, wichtiger Teil bei Kommandanten selber. Und okay, ich habe noch keine Rüstungszeit, deswegen ist das wahrscheinlich gerade nicht zu sehen. So, wir haben jetzt hier vier verschiedene Sachen. Unter anderem alles, was wir anklicken, können wir hier reinpacken. Ich tue jetzt erstmal hier alles wieder rauslöschen, weil das brauche ich nicht. Ich brauche für Bogenschützen sehr viel vom Edelholz. Für Infanterie braucht man sehr viel Stein. Und für Kavalerie braucht man sehr viel von dem Leder. Das könnt ihr euch vielleicht mal merken. Hier sind die Sachen, die ich jetzt bereits habe. Ich habe die alle auf das zweite Level hoch gemacht. Hier habe ich es teilweise sogar schon auf das Lila hoch gemacht. Das werde ich in der Zukunft brauchen, wenn ich dann die Schuhe machen möchte. Aber mein Blick ist aktuell auf etwas anderem. Das zeige ich euch jetzt einmal. Achso. Man kann hier unten Materialien zerlegen. Das Zerlegen von Materialien kostet euch Gold. Das kann man natürlich machen. Man bekommt dann, wenn man Lila zerlegt, zum Beispiel vier Blaue. Wenn man ein Blaues zerlegt, vier Grüne und so weiter. Also genau das, was man halt auch aufwertet. Nur zahlt man jedes Mal dafür auch Gold. Man sollte sich das wirklich gut überlegen, ob man das tut. So. Ich möchte euch jetzt einmal ganz kurz sagen, ich spiele den Account ja jetzt schon ein bisschen länger, als das Königreich alt ist. Weil das ja auch ein Jump-Account ist. Wir sind jetzt hier, glaube ich, in der insgesamt zweiten Woche. Und es gibt im VIP-Shop Truhen. Und zwar gibt es einmal diese hier. Blau, Blau, Pausen, Fragment, Wahltruhen. Die grünen. Und dann gibt es einmal die blauen. So, die gibt es ab gewissen VIP-Leveln. VIP-7, wie wir hier sehen können. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man relativ schnell halt auf VIP-7 geht. Und diese bekommt. Und die habe ich auch, wie ihr sehen könnt, leer gekauft. Ich habe bei den blauen, die ich bekommen habe, direkt auch was ausgewählt. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie das geht. Das findet ihr unter Ausrüstung. Hier habe ich aktuell auch noch 30 Stück. Und wenn du 30 Stück von den Blaupausen hast, kannst du eine Blaupause schmieden. Also so ein Teil hier zum Beispiel. So, 30 Stück. Dann hast du hier eine Auswahl, wo du überlegen kannst, was du haben möchtest. So, und da dann immer darauf achten, natürlich auf euren Truppentypen, den ihr spielen wollt. Und dann kriegt ihr von den 30 Stück eine Blaupause. So, das ist das ein Produkt quasi. Das könnt ihr quasi auch so ziehen. Habt ihr ja eben gesehen. Die legendäre, ach, epische Schuhe. Dann habe ich hier auch noch ein Teil. Das ist meine Brust von Bogenschützen. Die habe ich mir auch geschmiedet durch diese Truhen, die ich aus dem VIP bekommen habe. Aber ich kann sie natürlich noch nicht schmieden. So, warum kann ich sie noch nicht schmieden? Wir sehen das jetzt einmal hier. Ich benötige, um eine Rüstungszeit zu schmieden, eine Blaupause. Also eine vollständige Blaupause. 30 Teile von einer Blaupause. Nein, ihr braucht 30 Teile, um eine Blaupause zu erstellen. So, jetzt habe ich es. Zudem braucht ihr dann halt noch Materialien. Und ihr seht, das ist auch nicht gerade günstig. Na, man kann das hier direkt auch aufwerten und so weiter. Das mache ich jetzt nicht. Und es kostet euch natürlich auch Gold. So, auch nicht gerade wenig. Und das braucht ihr von jeder Gattung. Von jedem Teil, was ihr haben wollt. Ich möchte auf Bogenschützen gehen. Und es ist wichtig, dass ihr bei eurer Ausrüstung darauf achtet, dass ihr bevorzugt auf Gesundheit geht. Teile, die viel Gesundheit haben, sind immer gut. Für egal welche Truppenart. Bei Kaff ist es gut, wenn man da Gesundheitswerte hoch pusht. Für Infanterie. Und auch für Bogenschützen. Das hier ist einer der günstigsten Teile, die auch richtig gut sind. Das werde ich in diesem Video hier auch noch schmieden. Als nächstes werde ich wahrscheinlich dann mir diese Brust hier machen. Dann habe ich aber noch ein paar kleinere Teile. Da weiß ich jetzt gerade nur nicht, welche das genau sind. Ich glaube, die Schuhe, genau, die sind auch noch für Bogenschützen. Die werde ich vielleicht auch machen. Und dann bastelt man sich da halt ein komplettes Set raus. Hier habe ich zum Beispiel auch noch einen Kopf für Bogenschützen. Also ich habe schon ganz gut ein paar Teile zusammen. Das ist nicht das Problem. Die Materialien und das Gold, das wird eher das Problem sein. Jetzt aber mal ein bisschen mehr zu dem ganzen Thema. Und zwar, wir haben hier unten auf der linken Seite, haben wir Sets. So, wir haben goldene Sets. Die können euch am Anfang erst einmal komplett, könnt ihr das ignorieren. Weil das ist richtig teuer, diese zu machen. Gerade, wenn ihr am Anfang seid. Für einen Bogenschützen. Und das ist so das einzige Set, was wirklich was taugt. Für den Anfang ist ein episches Set. Das ist auch mein erstes Ziel, was ich haben werde. Diese vier Teile. Man hat aber insgesamt zum Ausrüsten sechs Teile. Brust, Kopf, Brust, Waffe. Habe ich das nicht angewählt. Hand, Hose und Schuhe. Zudem noch zwei Schmuckstücke, die man anlegen kann. Das seht ihr gleich schon auch einmal. Wir haben hier das Gleiche nochmal für Sammler. Aber Sammler lege ich jetzt nicht so riesengroßen Wert drauf. Und wenn ich darauf Wert lege, dann wird das dieses Set sein, was im Blau ist. Das reicht erst einmal vollkommen aus. Dann gibt es noch ein blaues Set. Und es gibt noch ein grünes Set. Die sind für mich als Bogenschützenspieler nicht so interessant. Für euch, wenn ihr Cavalry oder Infanterie spielt, umso wichtiger. Denn das Windgepeitschte Set, das ist erstens ein Set, was sehr auf Marschtempo geht. Das seht ihr hier erst mal. Der Kopf hat Marschtempo. Die Brust hat Marschtempo. Die Handschuhe haben Marschtempo. Und auch die Schuhe haben Marschtempo. Und die Werte, die man hier hat, die sind alle für Infanterie und für Kavalerie so ziemlich ähnlich. Das heißt, man kann die für Kavalerie sowie auch für Infanterie machen. Und das empfehle ich euch auch. Mit ein paar Unterschieden. Und zwar, bei Infanterie empfehle ich euch am Anfang ziemlich auf das Schild zu gehen. Das Schild hat Gesundheit von 8%, was ziemlich gut ist für Infanterie. Und wenn ihr dieses Schild gemacht habt, erst danach solltet ihr euch auf das Windgepeitschte Set fokussieren. Wenn ihr auf Kavalerie geht, habt ihr es ein kleines bisschen einfacher. Denn bei Kavalerie gibt es auch das grüne Set, was absolut für Kavalerie ist. Das hat hier sogar zwei Werte, die Kavalerie pushen. Und dann, warum sollte man auf Sets gehen? Auf Sets geht man deswegen, weil diese Sets Bonus haben. Wir haben hier, wenn wir beide Teile schmieden würden, also beide grünen Teile machen würden, kriegen wir hier einen Bonus von Kavalerieangriff plus 2%. Ich zeige euch das einmal da. Bei dem windgepeitschten Set habt ihr ebenfalls einen Bonus. Und zwar, wenn ihr zwei Teile habt, habt ihr einen Angriff von 2%. Wenn ihr vier Teile habt, habt ihr nochmal einen Maßstempo von 4%. Das heißt, ihr macht auf jeden Fall alle vier Teile, wenn ihr Kavalerie oder Infanterie spielt. Und ihr habt auf jeden Fall einen sehr schnellen Trupp. Bei Kavalerie würde ich diese beiden Teile ebenfalls erstmal noch dazu tun. Und somit habt ihr dann ein vollständiges Set fertig. Wenn ihr bei Infanterie seid, dann habt ihr ja, fehlt euch ja ein Teil. Und zwar fehlt euch eine Hose. Ne, ihr seht hier Kopf, Brust, Arm und Schuhe. So, bei Kavalerie kann man das mit der, das ist quasi wie eine Hose, kann man das ausgleichen. Und mit der Waffe kann man das ebenfalls ausgleichen. Bei Infanterie aber nicht. Bei Infanterie haben wir als Waffe das Schild. Das könnt ihr auch lange wirklich spielen. Und bei der Hose gibt es auch ein Teil, was richtig, richtig, richtig gut ist. Aber es ist episch. Und das ist dieses Teil hier. Karuax Demut. Das bekommt man unter anderem in Ereignissen. Im VIP-Shop. Durch Waldruhen. Und in der Taverne. Das heißt, genauso wie ich jetzt die Schuhe gezogen habe, könnt ihr zum Beispiel auch diese Hose ziehen. Ist nicht gerade günstig. Aber diese Hose könnt ihr auch lange spielen. Hat Infanterie-Gesundheit und ist wirklich, wirklich gut. Wenn ihr diese Hose habt, plus die Waffe und das windgepeitschte Set, seid ihr als Infanterie-Spieler schon ziemlich gut dabei. Da ich aber persönlich jetzt Bogenschütze bin, werde ich versuchen, mit der Zeit auf die Infanterie-Sachen zu gehen. Da habe ich hier auf jeden Fall einmal das Schwert, was mir halt Verteidigung gibt. Auch nicht gerade wenig. Und ansonsten werde ich das weitere Set machen. Wir können uns das Set nochmal angucken. Genau, hier ist es ja so, dass mir die Waffe fehlt und die Schuhe fehlen. Schuhe habe ich schon, wie ihr eben gesehen habt. Waffe ist das Schwert, was ich euch eben gezeigt habe. Und der Rest ist dann halt hier von diesem lilanen Set. Ja, es ist ein bisschen teurer. Es ist ein bisschen schwieriger, da ranzukommen. Ich weiß aber, dass sich das auf jeden Fall lohnen wird. Kommen wir jetzt noch ganz kurz zum Schmuck. Schmuck gibt es viele Teile. Viele Teile davon sind im späteren Verlauf auch erst zu bekommen. Wie zum Beispiel der Ring, das Horn, der Dolch oder andere Sachen. Das sehen wir hier im Staffelshop der Eroberung. Das wird später sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in KVK 1 oder ähnliches wird es das noch nicht geben. Ist aber auch nicht so relevant. Ihr seht selber, was das an Materialien kostet. Das ist so schweineteuer. Ich kann es euch sagen. Wenn ihr auf Schmuck gehen solltet, dann empfehle ich euch für den Anfang die stumme Prüfung. Die stumme Prüfung verursacht, dass das Ziel 10% Wut verliert pro Runde. Das bedeutet, euer Ziel kann nicht so schnell die aktive Fähigkeit raushauen. Und das ist definitiv positiv. Also stumme Prüfung, einer der besten Teile. Wenn ihr diese habt, dann habt ihr auch schon einen guten Vorteil tatsächlich. Und das zweite Teil, was ich euch empfehlen würde, das wäre hier Delanes Amulett. Die Truppe des Kommandanten erleiden minus 5% Gegenangriffsschaden aller Art. Das heißt, wenn jetzt mehrere Leute auf die euch draufhauen, dann bekommt ihr 5% weniger Gegenangriffsschaden. Und das ist ganz gut. Das kann ich euch auch noch empfehlen. Ansonsten ist das hier ein Teil, was zum Beispiel auch ziemlich günstig ist. Das gibt es auch nur im KVK, also im späteren Verlauf. Die anderen Teile, die es hier gibt, Schaden gegenüber Bahnen, kann man machen mit den Knochen. Aber Leute, fokussiert euch nicht darauf. Es ist am Anfang so oder so schwer genug, an diese Sachen alle ranzukommen. Fokussiert euch auf euren Haupttrupp. So, ich bin jetzt so weit, dass ich mir die, ja, ich kann mir die Handschuhe schmieden. Das sehen wir jetzt einmal hier. Und das werde ich jetzt auch einmal in eurem Beisein hier tun. Leider bekomme ich da kein Special Talent drauf. Wenn du ein Special Talent da drauf bekommst, dann wird da nochmal ein Bonus drauf kommen. Auf das, was ich habe. Hier wird das auch nochmal erklärt. So, der Bonus ist, glaube ich, das sind 30%. 30% von 2,5% sind, glaube ich, 0,5%, die ihr oben drauf bekommt. Dann wären wir hier bei einer Gesundheit von 3,0%. Aber gehen wir jetzt einmal auf meine Kommandanten. Und zwar haben wir jetzt hier, wie wir sehen können, einmal dieses neue Symbol, möchte ich mal sagen. Wir können jetzt hier die Ausrüstung machen. Wir sehen jetzt hier auch die einzelnen Teile. Kopf, Brust, Waffe, Handschuhe. Handschuhe ist jetzt hier, kann ich das ihm geben. Kann man aber nur ausrüsten, wenn der Kommandant wirklich in der eigenen Stadt ist. Außerdem muss man dazu sagen, wenn wir das jetzt hier sehen, man kann es so ein Zoo geben, weil es hat auch eine Infanterieverteidigung. Und so ein Zoo ist ja ein Infanteriekommandant. Da ich das aber für Bogenschützen nutze, möchte ich das auch in der Zukunft auf einem Bogenschützenkommandanten spielen. Da ich bis zum heutigen Tage immer noch keinen Bogenschützen habe, den ich nutzen möchte, werde ich das jetzt nicht unbedingt anlegen. Beziehungsweise können Sie es jetzt aber auf Immo-Tab machen. Ach ja, man braucht ein gewisses Level erst, um das freizuschalten. Ich glaube, er braucht dafür Level 20. Sei es drum. Dann nehmen wir einfach mal Tomogosen. So, können wir anlegen, ausrüsten und dann hat sie das. Ganz wichtig für euch. Der erste Kommandant, den ihr rausschickt, der wird diese Rüstung tragen. Wenn ihr einem zweiten Kommandanten eine Rüstung anzieht, wird die keine Wirkung haben. Das heißt, ihr müsst den zweiten Kommandanten, den ihr hinter eurem ersten Kommandanten stellt, keine Rüstung anziehen. Nur für den ersten Kommandanten, den ihr rausschickt. Das war jetzt auch mein Video eigentlich zur Ausrüstung. Ich glaube, das ist jetzt so das Wichtigste, was ihr wissen solltet für den Anfang. Kurzes Update noch. Wir haben hier ein paar Heiligtümer eingenommen bei uns. Sind auch mittlerweile eigentlich ziemlich gut mit dabei. Wir haben unseren Namen geändert. Also, unsere Führung hat den Namen geändert. Wir heißen jetzt Galactic Legion. Was dahinter steckt. Wir wollen halt ein bisschen Kingdom, das Kingdom Verein präsentieren. Wie auch immer. Das Ding ist, es ist hier wirklich mittlerweile ziemlich gut. Die stärksten Bündnisse, die hier sind, in dem Königreich, die sind tatsächlich alle miteinander verbunden. Die Kommunikation ist gut. Genauso muss das auch laufen. Das muss ich auch dazu sagen. Ich bin mittlerweile bei fast 800.000 Energie. Nach jetzt, wie viele Tagen haben wir? Kann man mal kurz gucken. Fünf Tage und 17 Stunden. Ihr seht selber die UTC-Zeit. Oben rechts, um wie früher ich das gemacht habe. Dann wisst ihr ein bisschen Bescheid. Ihr bekommt auch immer wieder, wenn ihr Aufgaben erfüllt, hier nochmal ein paar zusätzliche Sachen. Wie ihr sehen könnt. Immer schön abholen. Und, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen bis hierhin. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Vielen Dank.